so leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge verloser und heute ist ein ganzer haufen bei mir nicht nur der team wolf sondern der chico der gamma der shorty und der streuner und wir wollen hotel elf einnehmen wir sind hier gestrandet mit meli ich weiß nicht wer geflogen war und jetzt sind sie auf einmal alle ruhig uni flair ist das und einer ist raus das ist der gamma na gut ist egal wo ist was wie gesagt sandbunker sitzt immer noch einer drin ja recht der rechte sandbunker ja ich gucke gerade ich habe ja die sniper rausgeholt ich gehe mal auf die andere straßenseite user entered your channel aber jetzt ist der gamma doch wieder da ich dachte der würde schon flüchten die hoax mal eben mit der ab jetzt meinen zur richtung kirche wo ist die kirche überhaupt ist die art dahinten zwischen weiter links unbekannt bekommen in dem sandbunker soll einer sein oder was ja ich weiß welchen du meinst da ist ja auch jetzt haben wir das problem was ich da gerade mal angesprochen hatte alf ja luft anhalten funktioniert nicht du solltest dir das mit der luft anhalten solltest du wieder original auf die rechte maustaste legen dann bei mir funktioniert echt jetzt ohne scheiß bei mir dann wird das auch ruhiger aber jetzt mal was anderes ihr sagt rechter das bedeutet er kommt der guckt wieder raus der guckt wieder raus der hat wieder rausgeguckt ich sehe ihn soll ich schießen wer steht denn davor hatte 625 meter wer ist denn das ist schon wieder rein er ist schon wieder rein ach ich hatte doch ja ich habe ich ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen er blutet ja okay ich hoffe dass er gestorben ist ne glaube ich nicht oder uniflare heißt er wenn du eine meldung kriegst uniflare der heißt wanted wanted heißt der auf den ich geschossen hab ja der ist getötet der ist tot ja dann ist er weg hast du mal zwei ich habe man dann wenn jetzt also die auch ich vorher schon weiß nicht jetzt vielleicht mal gucken soll dann hat er sich ausgelockt wenn wir gefallen und ihren mörder gestanden hat also richter richter sandbunker war uniflare drin und den sehe ich jetzt nicht mehr und du hast ein wer wie hieß der den du erschossen hast wanted ja so und ja auch am sandbunker ja dann waren da zwei ja dann ist also noch einer da so einer tot und einer hat sich ausgelockt ne ne der uniflare der hat sich ausgelockt okay sandbunker ist 800 meter von mir entfernt mit rennschweiner so was macht die 806 meter hat mir mein schatzschützengewehr auch angezeigt kurze frage die drei häuser hat die mal einer abgecheckt und auch die schule ich glaube schick oder ne ne das ist shorty der guckt beim namen der abs also hat er die ja gut also ich bin nicht sicher ob du den getötet hast ich habe da noch einen nametag noch nicht sicher ob der sich ausgelockt hat weil sie den nametag von dem noch nicht mehr doch also der wanted ist gestorben das habe ich unten in der kaninchen fps da läuft ein fps date als kaninchen rum ja abschließen also beim sandbunker kriegt das angezeigt fps date da ist noch einer ich habe einen beim sandbunker gesehen bieler oder kaninchen das sind auch der hat schwein gehabt wo war der ist am eingang der guckte raus der eingang ist zu meiner seite hin also nach oben der ist bis zur hälfte des sandbunkers deswegen sieht man den von deiner seite dürfte man den gar nicht so schnell sehen den sehe habe ich auch nicht gesehen wurde gerade geschossen ja ich habe hier so ein blödes wildschwein was da so zusammen hinken das tut mir halt leid na du stehst also richtig offen ja ich weiß aber ich kann mich auch mal hin bücken wenn das möchtest normalerweise pücke ich mich ja nicht so einfach aber ich müsste jetzt mal die genaue entfernen und jetzt guckt er wieder ja ein schuss ist hingegangen aber ich sehe nicht ob da jemand da hinten läuft auch einer wo hinter der kirche auf der schule ist einer jetzt geht es rund leute auf der schule ist ich habe also nicht gut gedingst habt ihr den der müsste bei der kirche sein ist noch einer der kirche sehe ich keinen aber da ist oben halt ein bisschen zorn im weg hier kann doch oben auf der schule rechte seite ist weggegangen er ist jetzt links durch die tür durchgekommen könnt ihr da was machen ich halte den mit den sandzecken ich denke mal mit der m24 muss ich den letzten sniper punkt gehen überhaupt nicht ich kenne mich mit der m24 wirklich nicht aus auf wie viel ja klar auch rein kammer ja was ist bist du auch hier auf dem server schon öh ne ich schien mich nicht so zocken heute ok schon die letzten paar tage nicht so scharf auch zocken royal crabs heißt er der auf der schule oder was ja ok wie gesagt ich habe gerade keinen sichtpunkt bei denen der hängt auf der anderen seite ich bin mir ziemlich sicher dass in der kirche aber ich denke mal den in samtburg habe ich weggemacht ich bin mir ziemlich sicher dass in der kirche sonst wäre der rausgekommen nein da war noch einer ich bin hundertprozentig sicher ja juni vielleicht sehen auch äh neli wieder ja das ist einer mister original angezeigt die kriegt 15005 meter auf der schule oben drauf ja der ist aber grad nicht oben drauf oder der liegt ja aber ich kriege ihn oben angezeigt ja gut das bleibt immer noch eine weile länger also abgestürzt ich bin auf der anderen seite der heli hoher war drüber hotel elf ja ich sehe es wenn er still hält kann er was erleben ja gut ich habe auch freie schussbahnen das aber 890 meter aber er entfernt sich jetzt ich musste neu ich glaube der holt der holt einen ab von der schule der ist genau da drüber jetzt bleibt er gleich stehen da kann man rausschießen das sind aber 970 meter bei mir sind 700 ja dann gibt gummi und Leute bei mir sind drei Leute in der Nähe wer schießt das das bin ich 1048 meter 979 da treff ich nicht weit weg oh 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 ich kann auch drauf schieben ich glaube nicht dass das bringt da ist einer aufgelaufen Richtung Schule da kommt der nächste heli ja den baller ich hab guck bitte einer noch auf dem sandbunker ja weil der weiß wo ich bin nein Empfehlung wieder nicht einschätzen man 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 621 ja wenn wir noch jetzt 100 bach macht der heli den Sturzflug oder was der heli also ich hab den sandbunker jetzt im blick also ihr müsst euch auf den anderen scheiß konzentrieren ich bin blöd ich hab nicht aufgepasst ich hab die äh das Magazin leer geschossen pass auf der heli der ist jetzt aus ja den hab ich die werden ja irgendwann wieder einsteigen ne ich glaub nicht dass sie mit denen noch fliegen können und wenn nicht dann nicht lange wenn wenn sie es versuchen dann nicht lange so ach der sandbunker der macht mir sorgen ich weiß ganz genau dass da nur einer ist aber ich gucke ich gucke ich bin hier am jeep ne Gotti hängt ja mit der aws auch noch rum das geht schon alles klar ja auch hinter uns oben auf der Schule oben Schule nach links wieder reingelaufen wie weit ist Schule von mir Ah, rechte Seite. Ja, noch einer. Das sind zwei Stück. Das sind 1000 Meter. Ich kann doch nicht viel machen. Der ist an der Scheibe. Die zweite Scheibe von rechts. Alf oben. Seht ihr denn da was? Oh, 700 Meter. Das ist natürlich bei mir auch jetzt. Der Schwule. Stell doch auf 700 Meter. Ja, ich hab's ja auf 700 stehen. Der Hase ist auch reingelaufen in die Schule. Da ist er. Was ist er? 844 Meter. Ich seh da nichts. Da musst du dich anders postieren. Das obere Stück oben. Da läuft er wieder raus. Ja, der läuft. Da kannst du dich schießen. Ja, der weiß, dass wir hier sitzen. Der weiß, dass wir hier sitzen, ja. Der braucht nur einmal richtig anzuhalten. Ich geh ja schon immer mit. Der wartet einfach nur darauf, dass er weiß, wo die Schüsse hier kommen. Weil... Maeve ist gekillt. Bunker. Bunker ist noch nichts. Wildschwein läuft zum Heli. Oder auch nicht. Wird mal... zu diesem... kaputten... zu dem Schottplatz da laufen. Ja, mach mal. Mach. Shit. Du bleibst hier, ne? Ja. Musst mir sagen, wo die sitzen. Da ist die Spiele auf dem Server. Das ist... äh... um diese Uhrzeit nochmal. Wenn Hedi oder sowas. Hinter uns? Ja. Das ist der Admin. Ja, das ist der Admin. Die Sau, Alter. Bestimmt TWS. Einfach so an. Ja. Hat jemand eine MK-Mod mit, ne? Doch. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich, 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 ich. Ich versuche, den Heli runterzuholen. Warum? 363 Meter. Scheiße. Wagen... Nee, er dreht ab, er dreht ab. Okay. Also, die Schule macht mir Sorgen und der Sandbunker immer noch. Der Sandbunker ist frei. Bist du ganz sicher? Ich habe Schule und Sandbunker. Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich kann auch gleich mal in den Sandbunker reingehen, ja? Warte, nein, lass es, äh, nicht das. Ja.